Musik Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde und herzlich willkommen aus Lattbergen zu unserer neuen Folge der Leni und Tony Show Nummer 123 1, 2, 3 1, 2, 3 und schon sind wir nicht mehr zu Hause Wir sind auf dem Weg nach Kappeln Erstmal vielen Dank für all eure Nachrichten, die ihr mal wieder uns hinterlassen habt in der letzten Woche und aufgrund dessen haben wir uns dazu entschlossen, nicht nach Schweden zu fahren Wir haben mal ein bisschen geforscht und waren dann tatsächlich sehr erstaunt drüber, dass man doch in Quarantäne muss Auch in Hessen muss man das, man muss also, wenn man aus Schweden nach Hause kommt, in einigen Bundesländern, eben auch bei uns in Hessen sich freiwillig beim Gesundheitsamt melden und muss Bescheid sagen, dass man in Schweden gewesen ist und dann muss man zwei Wochen in Quarantäne Stand heute, also das kann sich natürlich übermorgen ändern, aber das war uns alles zu Joker Ja, übermorgen nicht, es ist bis 5. Juli gültig Ja, gut, okay So, und ja, wir haben dann auch gesagt, es ist nicht richtig logisch, wenn das in einigen Bundesländern ist Also wir sind dann schon durch die halbe Republik gefahren praktisch konnten überall noch einkaufen gehen und dann müssen wir in Quarantäne Aber macht man dann auch eigentlich nicht, wenn man weiß, dass es irgendwie mit Gefahr verbunden ist Also haben wir das alles gelassen, weil wir müssen dann irgendwann auch wieder arbeiten gehen und dann wollten wir das Risiko nicht eingehen So, zumal wir auch gehört haben, dass die Schweden nicht sehr erfreut drüber sind, wenn Touristen kommen Also wir haben da solche und solche Nachrichten gekriegt Genau, also einige waren natürlich froh, dass wieder Touristen kommen können und weil die ja auch damit Geld verdienen, ist ja ganz klar Aber einige waren auch, haben wir gehört, nicht so begeistert Ja, also Ja, und dann haben wohl auch Leute schon gehört, die Touristen sollen lieber zu Hause bleiben Also man weiß es nicht, es ist ein anderer Sommer dieses Jahr Und wir haben gesagt, wir bleiben jetzt mal in Deutschland Wir fahren erstmal nach Kappeln und gucken, was da so vor sich geht, weil da waren wir seit Ende Februar nicht mehr Und dann sehen wir mal, wo der Weg uns hinführt Dafür sind wir flexibel und haben ein Wohnmobil So sieht es aus, mal gucken, wo wir ein Plätzchen finden Gelandet sind wir jetzt also in Ladbergen und hier haben wir tatsächlich einen Übernachtungsplatz gefunden Kostet nichts, passen fünf Wohnmobile hin Der Platz als solcher liegt zwischen Rathaus und Seniorenheim Ist nicht besonders schön, aber was wir hier ringsherum entdeckt haben, zum Spazierengehen, ist ein Traum Und darum sind wir jetzt einfach hier nochmal und wandern ein bisschen Das ist auch ein Pilgerweg, also das ist wirklich sehr, 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 sehr schön hier Ja, was man halt mal so entdeckt, wenn man mal links und rechts guckt Richtig, ihr müsst nämlich vom Stellplatz einfach nur links gehen und dann seid ihr schon mitten in der Natur Es ist so schön, schaut einfach mal Ja, ja Ja, ja Ja, ja So, ihr habt es gesehen, wie schön es hier ist zum Spazierengehen und zum Wandern Ihr könnt Nordic Walking machen, 300 Kilometer Wanderstrecke ist hier direkt ab dem Stellplatz Und wie gesagt, der Stellplatz, naja, ist für fünf Wohnmobile, ist es wirklich, es kostet nichts Es ist nichts da, kein Strom, keine Versorgung, keine Entsorgung, gar nichts Aber ich finde es super, dass man sich einfach hier hinstellen kann, direkt an der A1 Ja Ja, A1, wir sind mal anders gefahren dieses Mal Und ein Kilometer von der Autobahn entfernt, das ist total ruhig hier Wie gesagt, zwischen Rathaus und Seniorenheim und hier sind noch zwei Wohnhäuser Man kriegt hier nichts mit und man hat seine Ruhe und man kann direkt weiterfahren Wenn man nicht wandern gehen möchte So, liebe Freunde, wir machen einen kleinen Zwischenstopp im wunderschönen Eckharnförde Weil wir hier Freunde besuchen, die auf dem Stellplatz stehen, den haben wir euch schon mal gezeigt Und schönerweise, ich finde, das gibt es viel zu selten Ja Gibt es hier auch einen richtigen Parkplatz für Wohnmobile, die nicht übernachten wollen, sondern sich einfach nur mit die Stadt angucken wollen Genau Das finde ich super Ja, ja Ja, traurig Mit Parkschein, ja klar, logisch, musst du bezahlen, aber es ist nicht teuer Maximal vier Stunden, Punkt Also, aber es ist genügend Platz, dass man mit einem großen Auto sich herstellen kann Und das, finde ich, ist halt wirklich gut Wie du schon gesagt hast Und steht auch dran, nur für Wohnmobile und tatsächlich stehen auch nur Wohnmobile in diesem Bereich Und kein normaler Pkw Das ist ja auch häufig, dass alles zugeparkt ist von normalen Pkw's Ja So, jetzt gehen wir mal gucken Jetzt gehen wir mal Elvira und Andreas besuchen Einige von euch haben das vielleicht mitgekriegt Wir haben ein neues Wohnmobile bekommen Da haben wir schon vor ein paar Wochen zu gratuliert Und zufälligerweise sind die jetzt hier Und jetzt gucken wir uns mal den langen Peter an So, liebe Freunde Also, wir waren eben in Eckernförde auf dem Stellplatz Der war erstaunlicherweise gar nicht so voll, wie wir vermutet haben Also, wir sind mal gespannt, was sich in den nächsten Tagen so ergibt mit Stellplätzen und wie voll die alle sind Wir haben uns den langen Peter angeguckt und haben mit Elvira und Andreas angestoßen auf dieses neue, wunderschöne Wohnmobil Und jetzt sind wir in Kappeln angekommen und sind total glücklich, wieder hier zu sein Es ist so unglaublich, ich musste erstmal ein bisschen weinen, weil es einfach so schön war Und ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass wir dieses Jahr nochmal hierher kommen können Naja, also Ja Naja, so gewiss war das ja nicht Auf jeden Fall steht jetzt unsere Greta neben unserem Haus Und das ist so lustig, weil die eigentlich größer als das Haus ist Aber jetzt müssen wir weiterkommen, weil da kommt ein großer Hund und Clara spitzt da schon Wir gehen jetzt nämlich erstmal was essen Wir haben Kappeln verlassen, das habt ihr gesehen Und sind jetzt in Wackerballich Jawoll Und zwar Wackerballich auf dem Stellplatz Ja, das ist ein wunderschöner Stellplatz hier eigentlich So an dem Hafen da unten Kostet 14 Euro mit Strom und Ent- und Versorgung und allem drum und dran Muss man beim Hafenmeister bezahlen, kein Problem Nicht auf dem Campingplatz, den gibt es nämlich hier auch noch Ja, und ja, hat es uns jetzt erstmal hin verschlagen Der Campingplatz ist übrigens direkt mit Blick auf die Ostsee Und es ist ein bisschen, weil da ganz viele Bäume wachsen Ich hatte das Gefühl, wir wären in Montrotsch, als ich da vorbeigelaufen bin Ja, das sieht schon sehr, sehr schön aus Ja, fand ich schon Vor allem, wenn man wirklich in der ersten Reihe stehen kann Ja Wirklich aufs Wasser den Blick hat Ist schon, ist schon traumhaft, ja Wobei, hier ist es auch schön Da gutt Da gutt Da gutt Na gutt Da gutt Ja li Also Wackerballich gehört zu Geltingen und viele von euch kennen das bestimmt hier. Wenn ihr in Kappeln wart, dann seid ihr schon mal hier an der Geltinger Birk gewesen. Marsholm ist hier um die Ecke, also hier könnt ihr wochenlang verbringen und Stellplatz-Hopping machen sozusagen. Das ist sensationell. Hier in Geltingen gibt es noch einen zweiten Stellplatz an der Mole, der ist von hier zwei Kilometer entfernt. Und wir machen ja jetzt hier so ein bisschen Test, wie wirkt sich Corona auf Deutschland aus und auf die Stellplätze aus und so. Und wir müssen aber jetzt sagen, als wir in Eckernförde waren, war ganz viel noch frei. Hier war es kein Problem. Gut, in Kappeln weiß ich nicht, aber in Kappeln ist, also ich habe Bilder gesehen gestern und da war es auch kein Problem da einen Stellplatz zu kriegen. Ja, also ich denke auch, es ist zwar recht belebt alles, aber jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr findet. Ja. Schaut mal, wir haben uns eine Deutschlandkarte hierher gehängt. Also wir sind ja jetzt da oben, ne? Da, da. Da oben sind wir jetzt da in dieser Bucht, ne? Ja, so. Ja. Ja. Ich hatte letzte Woche ein bisschen viel erzählt und ich habe eben zum Toni gesagt, er muss auch was erzählen, aber ich habe gerade das Gefühl, es kommt nicht so. Aber, Freunde, letzte Woche hatten wir euch ja die Geschichte von den Keilen erzählt und es kamen ganz viele tolle Nachrichten von den Keilen und das ist der Punkt, an dem Toni euch gleich noch seine neuen Keile zeigen wird. Aber erst muss ich euch noch zeigen, wir haben nämlich Post bekommen diese Woche und wir müssen unbedingt Danke sagen, weil es ist ganz, ganz, ganz großartig und es war eine Riesenüberraschung. Wir haben zwei Pakete gekriegt, von denen wir überhaupt nichts geahnt haben und dann zack, stand die Post vor der Tür und ich habe ein Paket für sie und ich habe mich so tierisch gefreut. Einmal kam, weil ja der Omnia gerade ganz aktuell ist, von Sabine dieses fantastische Geschenk. Sabine hat dieses, also da ist der Omnia jetzt drin, das ist ein Omnia Verpackungshülle, also eine Omniahutschachtel. Ja, eine Hutschachtel, es ist wie eine Hutschachtel und der Omnia ist da drin und das ist ganz liebevoll genäht. Die Annette hat das gemacht und die Sabine kennt die Annette, woher auch immer. Ich habe die ganzen Zusammenhänge, muss ich zugeben, nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall hat die Annette das gemacht. Danke Annette, auch für die Grüße. Sabine hat uns alles ausgerichtet und Sabine danke für diese Überraschung. So und da passt der Omnia perfekt rein. Ich habe keine Ahnung von der Annette, aber ich finde es ganz, ganz, ganz toll und großartig und es ist so schön. Ich habe mich wirklich so gefreut und es ist so groß, da ist auch noch die Springform mit drin. Ja. So, also das fand ich. Das liegt ja daran, dass der Omnia so groß ist, dass die Springform in den Omnia passt. Also wer keine Springform hat, kann diese, kann so eine Hutschachtel auch verwenden für den Omnia. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, für einen Hut. Ja, oder so. Für einen Hut. Aber guck mal, es ist mit, also ich finde es ist auch hier mit einem Bulli drauf und also ich finde es ganz, ganz großartig. Ja. Und vor allem hat die Annette auch noch ein Halstuch für die Klara gemacht. Das ist ein bisschen groß ausgefallen. Das passt wahrscheinlich im Labrador. Aber ich habe es Klara einfach hinten nochmal zugeknotet und dann habe ich es zugeknöpft. Sie ist da zwar blau angelaufen, aber... Das stimmt gar nicht. Ich zeige es euch gleich nochmal. Wenn der Toni seine neuen Keile auspackt, dann packe ich das Tuch aus, das übrigens orange ist. Annette, du hast es genau getroffen. Und dann ziehen wir Klara das an und sie fand es auch toll. Ja. Wohl. Kann es ja nett werden. Doch. Und dann haben wir noch... Also, Sabine, danke. Es war wirklich eine sehr gelungene Überraschung. So. Und dann haben wir noch Post bekommen von Daniela. Und das war genauso großartig, weil letzte Woche habe ich ja von meiner Wahnsinns-Notizbuch-Sammlung erzählt und dass ich danach süchtig bin. Und zack, hat die Daniela uns zwei Bücher geschickt, die sie eigentlich für sich selbst selber entworfen hat. Nämlich einmal ein Camping-Blog-Buch und dann nochmal ein Projektbuch. Und die Daniela, die hat einen Etsy-Shop, Miss Papermint. Und dann bin ich auf diese Seite gegangen und dann war es auch vollkommen vorüber mit mir, weil sie entwirft noch Sticker und macht lauter so wunderwunderschöne Sachen. So ein Mädchen-Kram. Ja, ja. Ich sag halt. Okay. Es tut mir leid. So. Und jetzt schaut mal. Die wollen nämlich ein Jahr durch Europa fahren und hat sie selber dieses Camping-Blog-Buch entworfen. Ja, das ist jetzt Werbung. Das ist richtig. Das ist unbezahlt. Ich wusste gar nichts davon. Das ist pure, pure Begeisterung. Jetzt gerade. Das hat sie selber entworfen. Für sich selber. Und das könnt ihr natürlich auch kaufen in ihrem Etsy-Shop. Ich verlinke das unten. Miss Papermint. Allein der Name und mit einem Herzchen. Also es ist genau mein Geschmack. Es ist super. Und dann noch dieses Projektbuch dazu, was im Grunde genommen auch nur ein Notizbuch ist. Das sollte eigentlich... Und bitte. Mit Stickern drin, ne? Mit Stickern. Das sollte eigentlich für Toni sein, weil Toni es aber nicht so toll findet, irgendwas in Notizbücher einzutragen, weil er sagt, er macht seine... Wenn ich ein Projekt habe, dann habe ich ein Projekt und dann mache ich es oder ich mache es nicht. Aber da muss ich es nicht extra nochmal in ein Buch schreiben. Bin ich halt nicht so... Nicht schlimm, aber ich finde es trotzdem eine schöne Idee. Ja, ist nicht so, aber ich bin so. Und das ist das eigentlich Gute daran. Ja, eben. Weil ich habe es mir einfach genommen. Er hat gesagt, das brauche ich nicht. Und ich so, okay, ich brauche es unbedingt. So. Und dann habe ich mir nämlich gleich ein neues Projekt überlegt, dass wir nämlich so eine Art Tagebuch schreiben werden auf unserer Internetseite über die Corona-Auswirkungen, die wir hier so jeden Tag erleben und unseren kleinen Reisebericht so tagtäglich oder alle zwei Tage. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles zeitlich umsetzen soll, aber wenn ihr immer mal auf Leni und Toni guckt, de übrigens, meine ich, dann seht ihr, ob ich es schaffe oder nicht, ehe wir nächsten Montag haben. So, und jetzt höre ich auch auf zu quatschen. Sehr gerne. Und überlasse dir das Feld mit den Keilen. Also die Auffahrkeile, das war ja der Aufruf. Was habt ihr für Auffahrkeile? Was könnt ihr uns empfehlen? Also da waren viele, viele Sachen dabei. Ihr wolltet uns auch welche schenken und schicken. Entweder waren sie wirklich nicht hoch genug, weil ich habe ja gesagt, also unter 10 Zentimeter geht mal gar nichts. Ja, weil wir ja eigentlich keine Keilefahrer sind, nur wenn es wirklich ganz extrem ist. Also braucht man schon was Höheres. Oder ich hatte dann die anderen schon bestellt. Und der beste Tipp für uns jetzt war, dass Obelink die Milenko-Keile in der Aktion hatten. Und die waren mir immer zu teuer und jetzt waren die runtergesetzt, haben nur noch 60 Euro gekostet und dann habe ich zugeschlagen. Peng, so, und jetzt zeige ich sie euch. Bei der Gelegenheit wollte ich euch mal die Truma-App zeigen. Also viele von euch kennen die bestimmt. Die haben sie auch schon. Wir haben jetzt keinen Leveler, wir haben auch keine Inetbox verbaut, aber ich habe mir die Truma-App trotzdem runtergeladen, weil die kann nämlich anzeigen, wie viel wo drunter muss unter welches Rad, dass man dann auch gerade steht. Hier seht ihr mal unser Büro. Legt ihr das einfach auf den Tisch oder wo es halt gerade ist und dann wird angezeigt, vorne links 11,7, rechts 10,5, 4, egal, wackelt ein bisschen. Hier hinten müsste ein Zentimeter drunter. Also da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Aber mit dieser App wisst ihr immer gleich, so viel müsste ich hoch oder runter. Also dann ist es gar nicht so schlecht. Aber jetzt gehen wir endlich raus. Ich habe doch mal, die Leni hat hier eine Kunstpflanze hingestellt. Also erst habe ich ja gedacht, wieder so ein Weiberkram. Aber ich finde es ganz schön. Also hier gab es so bei Ikea, wir hatten wir zu Hause rumstehen, da hat sie gesagt, das nehme ich mal mit. Und wenn wir uns irgendwo hinstellen, stellt sie die da hin, sieht doch gleich ein bisschen wohnlicher aus. Also ich finde es ist natürlich, also muss man schon sagen, ist natürlich ein Trummen, ja, ist klar. Also das sind natürlich wirklich Trümmerkeile. Die nehmen auch in der Garage ein bisschen Platz weg, ist richtig. Aber dafür sind die ordentlich breit und ordentlich hoch. Also da haben wir hier 18 Zentimeter, die wir hier hochfahren können. Und das ist genau das, worum es uns ging. Jetzt, ihr habt es gesehen, diese 11 Zentimeter, die stören uns eigentlich gar nicht, ja. Also ich hätte die Keile jetzt gar nicht ausgepackt, wenn ich sie euch nicht hätte zeigen wollen. Aber wenn es halt wirklich dann mehr wird, kommt ja immer mal vor. Dann muss es aber auch dann richtig sein. Deswegen haben wir die genommen. Willst du jetzt da drauf fahren? Echt? Soll ich drauf fahren? Nee. Nö, gell? Deshalb frage ich ja so schockiert, ob wir uns wegen 11 Zentimeter fahren. Ich habe ja gesagt, wegen den 10, 11 Zentimeter fahren wir eigentlich gar nicht auf die Keile. Aber sehe ich das richtig, dass die hier, das ist schön zum drauf fahren. Das ist nicht einfach nur so schräg. Nee, das sind vier Stufen. Das sind vier Stufen, ja. Also das sind vier. Das sind die Quattros, so heißen die, Milenko Quattro. Und die haben vier Stufen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Clara, nochmal. Also eins, zwei, drei, vier Stufen. Und der letzte, das sind 18 Zentimeter. Ja, ist aber leichter mit drauf fahren, ne? Oder? Ja, ja, es gibt, also wir uns wurden auch empfohlen, so schräg, nur so schräg Keile. Aber da steht das Auto ja immer, schon immer irgendwie in der Bremse und so. Stellst du es oben drauf, das Auto, und es ist keine Last auf der Bremse drauf. Ja, also ich finde die, wir haben die schon in Norwegen, haben wir die mal gesehen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Vor zwei Jahren haben wir die schon fotografiert. Da standen wir in einem Hafengebiet auch, und das war recht abschüssig. Und da sind wir mit unseren 9,5 Zentimeter überhaupt nicht weit gekommen, dass ich die hätte schon auch weglassen können. Und da hatte jemand diese Milenko. Und da habe ich die das erste Mal gesehen, so hoch, dachte ich noch zu Leni. Leni, mach ein Foto, die Dinger. Und dann habe ich geguckt, und dann waren wir die doch immer zu teuer, weil so oft brauchen wir sie nicht. Weil, wie gesagt, wir sind ja keine geile Fahrer. Jetzt labere ich so viel. Jetzt sind sie da, jetzt werden sie noch benutzt. Aber nicht jetzt. Nein, jetzt nicht. Nicht wegen 11 Zentimeter. Viel zu viel Aufwand. Außerdem, wir stehen ja schon und sind eingerichtet. Also da muss man wieder... Also haben wir mal die Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten Tage irgendwo hinfahren, wo es richtig abschüssig ist, dass wir mal auf die Keile fahren müssen. Ja, dass wir sie euch bald in Aktion dann zeigen. Also es kann sich nur noch um Monate handeln, bis ihr seht, das kriegt da auf Geilen. Wir sind wieder reingegangen, weil es hier drinnen einfach doch leiser ist und ihr mehr von uns hört als von den Nachbarn und vom Wind. Nochmal kurz zu dieser Karte. Wir haben ja, viele von euch wissen das, bei uns in der Wohnung diese riesengroße Deutschlandkarte hängen, wo wir immer schön überall Punkte machen an die Orte, wo wir gewesen sind. Und das ist ein bisschen unpraktisch, weil wir ja unten wohnt der Kartenleser und genau da unten im Flur hängt auch die große Karte, weil wir sonst keinen Platz dazu haben. Und jetzt haben wir gedacht, müssen wir hier unbedingt so eine Karte haben an die große weiße Tür. Jetzt ist sie natürlich ein bisschen kleiner und nicht alles ist drauf, weil wir haben schon gesagt, wenn wir am Nord-Ostsee-Kanal Punkte machen müssen, dann sind das viele Punkte, die man an einem Fleck hat und ein großer Punkt am Ende nur. Aber es macht nichts. Ich finde, sie ist trotzdem schöner. Wir müssen ja keinen Pinsel, Nagellacken nehmen. Wir können ja vielleicht einen Stift, also so einen feinen Punktstift machen. Oder wir machen so Stecknadeln in die Tür mit. Nein. Das machen wir nicht. Gut, das nur nochmal zur Erläuterung. Wir müssen jetzt ganz dringend an der Leni und Toni Show arbeiten, damit ihr die heute noch seht. Wenn sie morgen früh erst kommt, dann wisst ihr, wir hatten vielleicht dann noch ein bisschen schlechtes Internet, was das Hochladen angeht. Vielleicht ist es schon Dienstag. Genau, vielleicht ist es schon Dienstag, wenn ihr das alles seht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir schicken euch ganz viel Sonnenstrahlen, weil wir haben hier Unmengen davon. Wir sind sehr gespannt, wo es lang geht. Wir möchten uns immer an der Ostsee entlanghangeln und uns die Stellplätze angucken und die Campingplätze, wie es aussieht. Vielleicht möchten wir auch mal frei irgendwo stehen. Das werden wir uns noch überlegen. Die Keile werden wir auspacken diese Woche. Und vielleicht schaffe ich es, einen Reisebericht online zu stellen. Jeden Tag, jeden zweiten Tag. Schaut einfach mal vorbei. Drückt uns die Daumen. Auf Instagram gibt es immer schöne Bilder von uns. Ich habe eben so schöne Bilder gemacht, Freunde. Da gibt es bestimmt heute noch eins. Und ansonsten bis spätestens nächsten Montag wieder. Heute ist vielleicht auch schon Dienstag. Macht's gut, bis zur nächsten Show. Tschüss.